Das moderne Leben neigt dazu, die Isolation zu fördern und das kann sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken. In einem berühmten Experiment setzten Forscher hunderte von gesunden Freiwilligen dem Erkältungsvirus aus und sperrten sie dann für mehrere Tage in Quarantäne. Die sozial isolierten Teilnehmer erkrankten mit größerer Wahrscheinlichkeit an einer Erkältung als die Teilnehmer mit mehr sozialen Kontakten. Das ist eine Tatsache, aber es gibt Hoffnung. Zeit mit Freunden zu verbringen kann eine der einfachsten Gesundheitsstrategien sein, um die Immunfunktion zu stärken. Fügen Sie in Ihren Terminkalender mehr Gelegenheiten zu sozialer Interaktion ein. Das ist kostengünstig, erfordert keine besondere Ausrüstung und kann auf vielerlei Weise erfolgen. Erweitern Sie Ihr soziales Netzwerk, indem Sie in einer Sportmannschaft spielen oder einer Kirche beitreten. Schließen Sie noch heute neue Freundschaften und vertreiben Sie die Erkältung. Die Erkältung ist keine Probleme, die Menschen, die Menschen vertreiben. Sie die Erkältung ist nicht oder denn. Sie können die Erkältung sein, dass es die Erkältung ist. Sie wollen Sie können die Erkältung sein.